Hallo, Sportfreund! Hier stelle ich dir eine Weste von Nike vor, die nicht nur wärmt, sondern auch hochatmungsaktiv ist. Die Weste bedient sich an Nikes Aeroloft-System, einem Wärmeleit- und Belüftungssystem. Mittels punktgenauer Perforation verteilt es deine Wärme und isoliert dich trotzdem. Die 800 Gramm Down-Füllung sind aufgrund der natürlichen Eigenschaften ein ideales Isoliermaterial. Die Kombination aus diesen beiden Systemen macht die Laufweste zum idealen Begleiter auch an kühleren Lauftagen. Das kleine Packmaster-Laufweste macht es möglich, dass du sie in sich selbst verstauen kannst. Mit dieser modischen Laufweste von Nike bist du nicht nur im Training super ausgestattet, sondern auch auf deinem Weg zum Studio. Und ihr bekommt sie in allen Runnerspoint-Filialen oder direkt hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.